Der Sicherheitstritt Krause eignet sich ideal für die unterschiedlichsten Tätigkeiten in geringen Höhen. Dank der Rundrohr-Aluminiumkonstruktion hat der Tritt ein geringes Eigengewicht bei dennoch hoher Stabilität. Er lässt sich bequem an jeden Einsatzort tragen und leicht auseinanderfalten. Für ihre Sicherheit bei der Nutzung sorgen nicht nur die großen gummierten Trittflächen, sondern auch der hohe Sicherheitsbügel und die rutschfesten Fußkappen. Zudem verhindert eine Ausrastsicherung das unfreiwillige Zusammenklappen der Leiter. Die Aufstiegshilfe lässt sich nach Gebrauch flach zusammenklappen und Platzsparen verstauen. Mit einer Tragkraft von 150 Kilogramm ist der Sicherheitstritt Krause der vielseitige und flexible Helfer in ihrer Werkstatt oder Büroräumen. Sie erhalten den GS und TÜV geprüften Tritt wahlweise mit zwei oder drei Stufen. Er wird Ihnen mit fünf Jahren Garantie geliefert. Untertitelung des ZDF für funk, 2017